Musik Sie haben es halt heute eben meistens auf Ihrem iPad, auf der Playstage oder sonst wo. Und umso wichtiger ist es eigentlich, die Leute zu zeigen, nämlich die Raumpiloten, die Gennadika Dalka, die wirklich da oben waren, nicht nur im Stil. Wir finden hier die Aufgabe zu, ein paar Worte zu sagen, weil wir können nur mit den Staten zur Einführung in die Vordergräufe, die Vordergräufe, die Vordergräufe, die Vordergräufe, die Vordergräufe. Es ist richtig, dass Gennadika Dalka 878 Tage. Aber er hat in allen Interviews nach seiner Landung gesagt, er hofft, dass er einen sechsten Flug bekommt. Er möchte in einem ersten Mann Freitag tausend Tage im Weltall ist. Und die zweite Geschichte, das ist wenig bekannt, er erhält eigentlich noch einen anderen Rekord, der ist vielleicht nicht so spektakulär. Er ist der einzige Mensch, der fünfmal im Weltall war und siebmal als Kommandant einer Raumstation. Einmal an von mir und wir wollen. Präsident Wilken, der tür Koffer ist ja auch der größte Koffer, der 3-Stoff ist, das ist bei minus 200 Grad. Verkaufsend ist 9 Minuten nur die Arbit-deregräufe, die 4-Dinni. In neun Minuten sind wir auf Orbit, sobald wie man denkt, groß ist. Also auf diese Station kann man sich auch ruhig verlieren, ja. Jetzt lege ich durch, also ziemlich schnell. Flug dauert nur zweieinhalb Minuten, ich beginne am äußersten Modul, recht und fliege durch. Jetzt beginnen wir. Обратите внимание, dass die Schrauben, sehr viel auf den Ständen, научige Stoiken, für viele Geräte und Ausstattung für wissenschaftliche Experimente befestigt sich jede Menge. Kolumbus, europäischer Sektion. Kolumbus, europäischer Sektion. Kolumbus, europäischer Modul. Wir haben jetzt ein Modul. Jetzt kommt wir mit Modul Note 2. Also hier ist die Schrauben. Den Zeigen. Hier und die Schrauben sind alle 4. Das sind die Schrauben. So viel Kauten, also rechts, links, links, unten und oben. Also 4 Stück. Wir positionieren die Kajüten entweder seitlich oder auf der Decke. Weil keiner möchte auf dem Boden schlafen. Weil manchmal durch den Durchfliegen berühren wir mit den beiden doch den Boden. Und dann scheint das so, als jemand im Grab schläft. Ja, und das will niemand natürlich. Also unten möchte keiner schlafen. Also vier Kajüten gibt es in amerikanischem Segment, und zwar in russischem. Und das ist Abendmahl. Das ist Toilett und Sportraum. Das ist Toilett und Sportraum. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Hier sind wir noch nicht mehr Zeit. Für amerikaner, die nicht mehr Zeit haben. Ich habe keine Zeit. Es geht über ihre полотенze, научenliche Behandlung, spezielle Kontenzer. Sie sind hier verstaut mit Tüchern. In der Russischen Säge sind zwei Raubschiebe angedockt. Das ist eine Lücke, wenn wir im Unfall, also Feuer oder so etwas Ähnliches, das können wir sehr schnell alle fliehen. Es ist nicht so, dass wir hier ein Chaos haben, ist aber nicht so. Wir haben hier ein Ordnung. Wenn man etwas Bestimmtes sucht, dann haben wir eine Datenbank im Computer, wo genau beschrieben ist, wo was zu finden ist. Sie können in dieser Datenbank sofort die genaue Position von Gegenständen finden. Das ist jetzt Steuermodul, wo russischer Säge, von wo aus russischer Säge gesteuert wird. Juri Malenchenka und Gasolize Kuso. Mein Kollege Juri hat vor, mal Abend zu essen. Juri Galgari und Karalov sind immer mit uns. Aber ich wette mit dir, es gibt noch Fragen. Und ich bitte Sie, die Fragen zu stellen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.